Radio Raufas Steffi Smartphone Apptipp Anlässlich des Jahreswechsels gibt es nun auch einen Wechsel des Monatsextras. Statt einem Haushaltstipp bekommen Sie nun jeden Monat eine App vorgestellt. Im Januar hat es die App Google Maps in die Sendung geschafft. Mit Google Maps kommen Sie sicher an Ihrem Ziel an. Einfach Standort und Wunschziel eingeben und Ihnen wird gezeigt, welche Route Sie nehmen sollten und wie lange Sie dafür brauchen. Ein persönlicher Favorit von mir, besonders geeignet, wenn man einen schlechten Orientierungssinn hat. Stefanie Stiegler für Radio Rauchfass Untertitelung des ZDF für funk, 2017 www.blogspot.de 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 www.blogspot.de